Sorry, dass ich hier wieder am Ratschen bin, aber sowas geht mir direkt schon wieder auf den Sack. Ich könnte mich selbst an mir aufgeilen. Wenn man hin, wo willst du denn deine Scavs jagen? Ja, hier vorne am Kran ist schon mal Scav Station. Scav City. Ja. Sporn, sporn ja. Sporn. Ein Scav-Sporn. Na ja, dann, äh, ja, Dings. Oder, äh, Wetter. Wetter. Ja, da rennt was. Wo? Ich will mich mal ins Unterholz schleichen. Ah, das ist der Typ? Der liegt. Pass auf, da drüben ist ein Scav, da drüben ist ein Scav, rechts. Der ist in den, in den, in den Container reingerannt. In den Container? Wissen du. Ich bin neben dir rechts. Im Gebüsch hocke ich. Meinst du in den Container ja vorne reingerannt? Nee. Äh, 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 es ist wie ein Schuppen. Also unter, da wo das rote, rote Hoch-Dings ist. Mit der Kuppel. Da unten ist ein Schuppen, da kommt er grad raus. Der kommt grad zu uns. Okay, er ist tot. Schlecht ausdrücken. In der Hektik, man hat hier irgendwie förmlich Hektik angemerkt. Dann jetzt mal hier rein. Aha. Du hast den Spieler mit der Knifte erlegt, alter. Geil. Weiss ich nicht. Das war ein Spieler, oder? Würde ich sagen. Denk ich auch. Der hat doch hier auf Scavs geschossen. Mh. Und bloß aufpassen, dass sie zu zweit sind, ne? Mhm. Das sah ziemlich ungekehrt aus. Und der Typ, der da hinten aus dem Schuppen kam, sah mir auch komisch aus. Ist der Scavs ein Tote schon? Das ist doch ein Spieler, Alter. Ich hab doch ein Spieler erschossen. Willst du mich verarschen? Echt? Mann, ich brauch Scavs. Ist das ein Spieler? Ja. Komm mal rein, hier. Gute Stube. Rühr's. Achso. Nes war doch ein Scav. Oder was? Das sah aber aus wie ein Spieler jetzt. Naja. War doch. Ist er besser für dich, oder? Hat er wenigstens gern gezählt. Ja. Schwangeren sitze im Bundeswehrbremser. Quatsch. Das kann nicht sein, oder? Svenny, gibt's das wirklich? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber... Naja, also... Man kann... Es passieren Dinge, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Auf die kommst du nicht. Im Schlaf nicht. Eigentlich kann man eine schwangere Frau nicht in den Krieg schicken, oder? Oh, ich hab was gehört. Es war nichts auf dem Dach zu sehen. Und noch? Doch. Ich hab den scheiß Retter nicht gesehen, richtig. Das ist kacke. Hast du den erwischt? Ja, den einen, ja. Verstürmen. Ja. Ja. Okay, ich muss mal nachklippen. Wenn schon mal vor. Achso. Okay. Da hätte ich gleich mitkommen können. Das hätte... Klippen hätte ich auch drin machen können. Ja, ja. Oh, bei mir kommt was. Benji, bei mir ist einer. Wo, 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 wo? Dort, wo du grad warst. Ich trau mich gar nicht, hier meine Tasche zuzumachen. Ich geh mal hinterm... Schieß mal, schieß mal ein bisschen. Das sind zwei. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn. Sehr gut. Mit der blauen und die Form hier durchs Gras, Alter. Level 24. Auch so ein Ö drin. Komm Junge, ich bin kein Schwein. Die SKS, komm, kannst du auch behalten. So, jetzt könnte man hoch zur Bushaltestelle rennen, oder? Ja, da kann grad der Schüsse aus der Richtung kommen. Dass da ein Sniper viel hängen. Ja. Waren wir hier über... Ja, hier vorne raus, oder über die Brücke? Oder waren wir hier über dieses Metall-Dings? Diese Metallbrücke rennen. Ach so, das bist du so... Da ist man so ex... Ex... Wie sagt man? Ex-poniert. Ex-poniert, ja. Das gefällt mir gar nicht da lang. Okay. Warte ich mal, ja? Mhm. Ich muss rein, glaub ich. Ich muss rein, glaub ich. Hinter dir. Oh, da hat er nen Spieler auf mich geschossen grade. Okay. So, hier schief fast, oder? Ja. Da hat er's hinter sich. Ja, ich bin drin im Benji, kannst rein kommen. Komm rein, ich mach die Türen zu. Mhm. Pass auf, ich hab draußen was im Busch gehört. Da läuft was. Ja. Könnte ein Skeff sein. Obwohl. Schleicht recht verdächtig. Bist du gestohlt? Ja. Bist du gestohlt? War's ein Skeff oder war's ein Spieler? Sieht aus wie ein Skeff. Warte, sorry. Aber nö, ist kein Problem. Ich hätte auch gedacht, das wäre ein Spieler. Hat sich echt so verhalten, oder? Fand ich. Ein bisschen viel Lärm im Gebüsch gemacht. Oh, sonst. Warte mal. Hier ist ein Spieler. Ja, Ragnar. Ah, okay. Weißt du, dass ich mich jetzt ärgte? Warum? Warum hab ich den keine Paka-Weste an? Ich hab hier schon zwei Spieler gekillt. Boah. Äh, ich meine keine Skeff-Weste. Skeff-Weste muss ich halt tragen, oder? Ja, und Paka. Äh, Balaklava. Boah. Ist das ärgerlich. Welches Level hat der gehabt, Benji? 36. Echt? Ui, rennt was? Skeff? Krieg ich dabei noch zwei. Geht. Okay, dann hab ich den hinten auch erledigt. Mhm. Ja, vier Skeffs brauch ich noch hier. Ja, Villa. Ja, das ist gut. Villa. Und dann können wir hier, ähm... Insel. Insel. Mann! Junge! Benji, so mein Souffleur, Junge. Er guckt aus so einem Kasten raus. Ich stehe bedeppert auf der Bühne und Benji flüstert mir alles zu. Ja, ich weiß. Ich hab doch keinen Rucksack mit. Ich will auch gar nicht... Ich will gar nicht reingucken vor Antibus. Nachher ist was Gutes drin, was ich nicht mitnehmen kann. Ich bin auch irgendwie so der Nicht-Looter. Wichtig. Wir haben ja eine Mission. Ja. Wichtig ist mir... Meine Mission. Wir wünschen uns jetzt auf Schorlein schon mal die zwei Skeffs, dass ich das abgehackt hab. Das wär so meins. Die da verziehen mich maul aus, ne? Mhm. Ich glaube, wir können direkt zur Insel rennen, ne? Mhm. Welch Elend. Alter, was seid ihr nur für Lootgeier. Man muss auch mal verzichten können. Das gibt's doch nicht. Alle so. Ich meine, gut fürs Charisma wär's nicht schlecht gewesen, wenn ich wenigstens mal drinnen rumgewühlt hätte. Mhm. Und noch einen dritten. Die wickeln sich gegenseitig an. Geil. Oder es kann sein, dass es auch welche auf der Leine ist. Auf jeden Fall sind zwei drüben. Achso. Mindestens. Geil. Mein Mindmapping-Martefekt. Ich hab das nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Äh. Ich hab ja erst in diesen kleinen Schuppen gerannt mit dem Boot. Okay. Er schnauft. Wieso schnauft er? Manchmal hocken die hier und gucken. Gucken hier in die Kiste rein, wie die Schweine ins Ohr wär. Ja. Ja. Und looten aber nix. Nee. Am Pier treiben sicher und an der Tankstelle treiben sicher auch immer Scavs drin. Stimmt, du hast recht. Und das ist ja nicht weit von hier. Das stimmt. Da können wir hin. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Echt? Ja? So viel? Ja. 23 Minuten, 30 Sekunden. Ich hab gedacht jetzt, dass der Raider schon wieder rum. Nö, nö. Wo ist der Straße? Oh, da oben ist noch einer. Hier, hier. Hier pappelt jeder, ja? Ja. Den hebe ich mir auf. Da geht ein komischer Rundegrand. Wo? Wo ist denn der Idiot hin? Da sind bestimmt die um der Ecke. Wollen die gerne. Das war so, hm? Ja, hast recht. Oh, da kommt noch einer. Ich hab ein Pappeln gehört. Ich hab ein Pappeln gehört. Ja. Was ist das einer, ne? Was ist das einer, ne? Ja. Ey, alter. Okay, Benji, wir haben's. Super. Ja, in der Tat. Aber es ist, falls es ihnen entgangen ist, Monsieur, ich schieße, während ich mich bewege. Das ist eine Angewohnheit aus anderen Schuhlern. Aber du bist ja wie mein Vater, Alter, mit dem ich mal Doppelkopf gespielt habe. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal, das Thema. Weil Thomas meinte immer irgendwann, wenn's zu ernst wird, wenn der Spaß verloren geht, dann hört er auf. Das ist der Wort, das ist wie mein Vater. So. Wir haben das Doppelkopf-Spiel gewonnen, aber er meckert mich voll, weil ich wahrscheinlich nicht den perfekten Zug gemacht hatte, irgendwie mal mittendrin. also, weil wir nicht top-perfekt zusammengespielt hatten. Ich sage, das ist doch egal, wir haben doch gewonnen, Alter. Was bläst denn dich da jetzt so auf? Das endete im Knatsch. Ey, jetzt sind wir auch noch 15 Minuten übrig gewesen. Das sind wir aber jetzt so ordentlich über die Map gefegt, oder? Jo. Come on, nicht mängern, du. Schön. So. Gut gemacht. 5000 XP, Alter. Schönes Ding. Spiellock gekillt, schönes Ding. So wünsche ich mir das jetzt auch auf Wutz und ich bin Level 40. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.